So, da sind wir schon wieder. Neuer Tag. Neue Tagesaufgabe. Ihr kennt das Spiel ja. Und dann wollte ich natürlich Danke sagen für jetzt 361 Abonnenten. Also was mit Abonnenten abgeht, ist wirklich Wahnsinn. Ihr wisst ja, alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu. Der Code wird jetzt immer immer vollständiger. Heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er geknackt wird, wird auch höher. Also wie gesagt, abonnieren lohnt sich. Du kriegst jedes Mal die Benachrichtung, wenn das Video da ist. Du siehst unten den Code. Ich helfe euch bei Fortnite. Ihr helft mir beim Abo. Ihr helft mir mit der Wiedergabezeit. Also ein Geben und Nehmen. So, gehen wir mal direkt rein in die Aufgabe. Nämlich erhalte Kondition. Jetzt bin ich wieder. Ich springe das immer durcheinander. Ob Kondition jetzt das. Aber Kondition müsste eigentlich das normale Leben sein. Also müssen wir Verbände sammeln. Oder im besten Fall sogar ein Lagerfeuer finden. Und dann einfach warten, bis die Zone zu macht. Zonenschaden bekommen. Gegenheilen, gegenheilen, gegenheilen. Oder halt irgendwo runter springen, wenn ihr irgendwann nicht mehr in die Zone könnt. Aber normalerweise kannst du bei Gruppenkeile immer in die Zone. Dann habe ich mir natürlich den einen Skin geholt, wie ihr eben gesehen habt. Mal gucken, wie er so ist. Dann, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, liked seid, kommentiert seid. Wenn noch kein Abonnent bist, ich dir schon öfters helfen konnte, gerne ein Abo dalassen. Und die Sache, mit dem Skin hier habe ich nichts Falsches gemacht. Nur auf jeden Fall die Spitzhacke. Die muss ich ändern. Das passt nicht mehr. Aber von hinten sieht ihr das Skin halt. Ich sage immer, ihr müsst euch den Skin immer von hinten angucken. Er kann von vorne noch so toll sein, aber ihr seht ihn eigentlich nicht von vorne. So, wir gehen noch direkt runter. Weil unsere Suche geht natürlich nach dem Lagerfeuer. Lagerfeuer, Verbände, Medikit. Wenn ich mich halt jetzt nicht irre. Aber ich werde es direkt ausprobieren, sobald wir Verbände haben oder so. So, jetzt direkt die Augen offen halten. Ja, da ist Holz. Da ist eine Waffe. Aber wir werden es eigentlich jetzt schon wissen. Gerade schnell umsortieren. So, wie ich mein Glück kennt, finde ich nämlich jetzt keine Verbände. Mal gucken, ob hier unten die Kiste ist. Hier sind natürlich auch keine. Also es ist definitiv Verbände, Lagerfeuer. Damit müsst ihr den Kram halt heilen. So, da müssen wir natürlich nur was finden. Hier sieht es nämlich gerade bescheiden aus. Das ist auch nix. Das ist auch nix. Nein, ich brauche kein blau. Das ist auch nix. Wir gucken hinten im Haus. So, ich gucke jetzt gar nicht nach den Waffen oder so. Ich bin erstmal uninteressant. Sondern halt wirklich nach drei Wagen stellen. Ach, nur blau, 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 blau. So, aber hier war nix. Ach, da ist noch ne Kiste. Auch nix. So, was haben wir hier in der Neunähe? Gehen wir in Retail. Das ist eh Endzone. Ja, müssen wir ja. So, da, 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 da. Ich sage nicht, ich finde hier nix zum Heilen oder so. Lecks sind wieder da. Ja, übertreibst doch hier. Ja, Mann, ich meine. Ganz ehrlich, da ist mir die Playstation doch lieber, was das Längenang betrifft. Das ist echt katastrophal. So, dann müssen wir hier runter. Auch kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier keine Verbände finde. Ja, wie viel Blue Life denn noch? Ich finde alles, nur keine Verbände. Ist ja nicht so, als wäre ich jetzt nicht richtig am Suchen. Aber, ah, warte, 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 warte. Bauern-Trick benutzen. Nur nicht zu hoch. Zack. Es gibt doch den Lagerfeuer-Trick. So, Zone kommt. Ah, er fängt schon an aufzutelten. Wie ihr seht, einfach die Lagerfeuer benutzen, habt ihr es natürlich auch. Verbände und so wären wir natürlich lieber, weil die halt direkt 25 bringen. Wie ihr seht, ein Lagerfeuer bringt nur 50. Dass hier keine Verbände sind. So, jetzt Verbände. Ah, das hilft mir auch. So, gucken wir gerade mal hier weiter. Oh man, das kann doch nicht sein, dass ich hier nichts finde. Das ist mir natürlich jetzt noch ein Lagerfeuer oder so. Ich gucke noch mal im Haus, bevor die Vorräte unten sind. Ah, die ersten Gegner kommen jetzt auch schon runter. Ah, das ist mir die dämmische Kiste. Weil, dass ich hier nichts finde. Oder gibt es in Gruppenkeile, wenn wir keine verbränden. Nein, das ist eigentlich nur Blue-Life-Finde. Also, falls ihr da mehr wisst als ich, äh, ich würde fast behaupten, es gibt keine Verbände. So, Lagerfeuer, wo kann ich denn hier noch ein Lagerfeuer finden? Also, da würde ich echt schon behaupten, macht das Solo und sucht euch halt die Lagerfeuer. Also, springt einfach irgendwo runter und dann halt töten lassen. Oder halt, ach, ich habe doch zwei Lagerfeuer, ich Idiot. Hab ich jetzt erst gesehen. Die waren ja in dem Ding drin. Warte. Zack. Zack. So, einfach gegen heilen lassen. Zweites haben wir auch noch direkt dahinter. So, jetzt sind wir schon bei 100. Ich mach jetzt extra, dass beide noch nicht hin, nicht, dass ich auf 100 bin und der nicht weit genug runter tickt. So, jetzt sind wir schon bei 126. So, nächste Lagerfeuer direkt dran. Sind wir schon bei 150. Fast. So, die haben wir jetzt auch schon. Ich sag ja, wenn ihr dann so ein Southpack findet, da habt ihr auch schon, ich glaube, 20 halt jetzt direkt hoch. Ihr müsst halt gucken, dass ihr wirklich Leben am Verlieren seid. Am besten halt einfach in die Zone gehen und guckt, dass ihr um 60 oder so runter geht. Dann einfach in den Southpack hinschmeißen und fertig ist. Würde ich jetzt sagen, ist so die beste Variante. Ich kann mal hoffen, dass ich stets das finde. Natürlich nicht. Hier liegt auch keins rum. Da ist auch keins drin. Klar, es gibt ja nichts episches zum Eilen. Aber vielleicht finden wir nochmal so ein Lagerfeuer. Ich gucke nochmal gerade. Ansonsten wisst ihr ja Bescheid. Ich muss gerade mal gucken, ob hier noch eins ist. Ich weiß es nicht, vielleicht im Garten. Das Problem ist, ich nutze die Lagerfeuer auch nie. Man sieht sie quasi, aber für mich gehören die irgendwie nicht ins Spiel rein. Vielleicht da oben an der Hütte. Könnte nämlich gut möglich sein, dass hier eins ist. Ja, vielleicht finden wir ein Southpack. Ah, das ist natürlich die beste Lösung. Ist mir egal. Wie viel fehlt uns? 75. Also müssen wir quasi 25 Leben runter. Wollen wir jetzt einfach irgendwo am Zonenrand. Dann haben wir es uns auch geschafft. Also... Zack, Schaden fressen. Ist halt die einfachste Variante. So, jetzt lasse ich es runter ticken. Bis ich halt nur noch 20 Leben habe. Und dann haben wir es eigentlich auch easy schon geschafft. Jetzt würde ich mir gerade noch nicht selber versauen. Deshalb warte ich wirklich genau, bis ich die 20 habe. Ich weiß, ich könnte ihn jetzt schon wahrscheinlich nehmen. Aber ich gehe jetzt wirklich auf Nummer sicher. 74 fehlen uns. So, jetzt gehen wir rein. 85 dazu. Passt. Wenn ich jetzt nicht irgendeinen Trottel weg hole von der Seite. Und... Aufgabe... Geschafft. So, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wie gesagt, wenn ja, gerne ein Abo dalassen. Ihr bekommt von mir eigentlich jede Aufgabe, die es gibt, hochgeladen. Wir haben auch jetzt alles geschafft. Das Einzige, weil es mir noch fehlt, ist Level 65. Aber da habe ich ja gesagt, werde ich wahrscheinlich im Livestream mit euch ein bisschen zocken. Und da werden wir die Aufgabe nicht auch noch hinkriegen. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein.